Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Priscilla. Ja, wie man sich schon denken kann, geht es in diesem Film um Priscilla Belieu. Sagt euch nichts. Wahrscheinlich sagt euch dann der Name Priscilla Presley etwas. Die Person, die mit dem berühmten Musiker Elvis Presley zusammen war. Genau. Und dieser Film basiert auf das Buch, das von Priscilla Presley und Sandra Harmon geschrieben wurde. Und zwar geht es dann halt um das ganze Leben, wie Priscilla Belieu Elvis Presley kennengelernt hat, ihn lieben gelernt hat, ihn manchmal auch zu hassen gelernt hat und mit ihm einfach mehr oder weniger auch zusammengelebt hat. Ja, man geht so so epochenmäßig so das ganze Leben von Priscilla Presley so durch. Also ich muss sagen, die Schauspielerin, die Priscilla spielt, die Kaylee Spunley oder Spanny irgendwie so, ich kann den Namen nicht ganz aussprechen, macht einen verdammt guten Job als Priscilla. Also gefällt mir da doch schon sehr gut. Womit ich eher ein Problem hatte, war mit Jacob Elordi, der Elvis spielt. Den Jacob Elordi kennt man zum Beispiel aus Pirates of the Caribbean, Salasas Rache. Und die Kaylee, die kennt man zum Beispiel aus Pacific Rim Uprising. Und ja, ich finde die beiden als Schauspieler haben eine sehr gute Chemie auf jeden Fall zusammen. Was mir aber nicht so gut gefällt, war halt der Elvis-Darsteller. Der passte für mich optisch nicht so gut da rein. Da fand ich Ashton Butler letztes Jahr als Elvis, oder war das vorletztes Jahr? Ich weiß es gar nicht. Als Elvis-Darsteller einfach um Längen besser, vom Optischen her, schauspielerisch alles tipptopp gemacht. Also schauspielerisch gab es da überhaupt nichts auszusetzen. Aber so, wie sie so ein bisschen die Story erzählt haben, an manchen Stellen hat sich das echt gezogen. Und mir war, also ich kannte Priscilla Presley, ja, der Name war mir natürlich ein Begriff oder sowohl. Aber so manche Sachen waren mir da auch erstmal so gar nicht so bewusst, weil Priscilla Presley kenne ich ja noch so ein bisschen aus der Zeit, wo sie hinterher noch Schauspielerin war und so. Aber da wird gar nicht so drauf, da wird gar nicht eingegangen drauf, denn es geht wirklich nur um die Zeit, wo sie Elvis kennengelernt hat und wie lange und wo sie mit Elvis zusammen war. Alles davor und danach wird bei dem Film überhaupt nicht, ähm, erwähnt, beziehungsweise überhaupt nicht beleuchtet. Und da scheint wohl alles wohl, alles, ähm, was in diesem Buch war von 1985, Elvis and Me, das haben die dann halt alles jetzt so in Bild und Ton gefasst. Ja, also wie gesagt, an manchen Stellen, ja, war es mir dann doch ein bisschen zu lang gezogen. Also klar, man wollte so ein bisschen diesen Drama, diese Abwechslung da so reinbringen, aber manche Sachen hätte ich gedacht, also anstatt 113 Minuten, vielleicht so auf 105 Minuten, hätte den Film vielleicht an manchen Stellen vielleicht ganz gut getan. Aber man muss sagen, auch so die Nebendarsteller wirklich sehr gut gewählt, wirklich sehr gut gespielt. Also man konnte sich da in diese Story wirklich hineinversetzen. Aber wie gesagt, also der Elvis-Darsteller, ich hatte irgendwie, das hat bei mir nicht geklickt. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Elvis war. Ich hatte nie das Gefühl, dass das Elvis war. Schauspielerisch hat das wirklich top gemacht, aber das war wirklich so etwas, ah, es hat mich wirklich ein bisschen gestört. Da hätte man wirklich Aston Butler von, ähm, von dem letzten Elvis-Film da nehmen sollen. Hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr Budget in der Hand nehmen sollen. Bei manchen Stellen habe ich mir gedacht, äh, sieht das nicht so aus, als wenn man den Film so viel Budget gegeben hätte wie den Elvis-Film. Aber gut, wir haben das Beste raus gemacht. Somit ist der Film auf jeden Fall jetzt am Start und ihr könnt ihn euch dann gerne ansehen und ein eigenes Bild machen. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von eurem Content-Creator. T-Shirts, Boodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von ArtsExpert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also ran da und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, also an manchen Stellen ist mir der Film ein bisschen zu lang. Der Elvis-Darsteller hat für mich nicht funktioniert. Nicht vom Schauspielerischen her, sondern einfach vom Optischen. Aber ansonsten hat man wirklich versucht, auch so die Stimmung von damals einzufangen. So von den Requisiten her saß teilweise. Also was mich am meisten gestört hat, war für mich das Krankenhaus. Also das Krankenhaus. Also für mich sah das aus wie ein ganz normales Gebäude, wo man einfach einen Krankenwagen da vorgestellt hat und wo man einfach, ja, Krankenhausaufkleber an irgendeiner Tür gemacht hat. Also das sah für mich wirklich nicht nach einem Krankenhaus aus. Also das fand ich schon so ein bisschen, ja, ein bisschen sehr lächerlich. Aber ansonsten hat man wirklich versucht, auch Graceland einigermaßen gut darzustellen. Man hat versucht, die verschiedenen Charaktere und ihre Bewegung, Bewegmuster so ein bisschen darzustellen. Aber eigentlich konzentriert sich der Film auch wirklich hauptsächlich nur auf Priscilla und dann kommt Elvis und dann kommt erstmal eine lange Zeit nichts. Und dann kommen so die anderen Charaktere, die wirklich auch wirklich mehr so Nebencharaktere sind. Die spielen da so keine wirklich große Rolle. Es ist schwer für mich, diesen Film zu bewerten. Deswegen, ja, ich würde sagen, schwierig, 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 schwierig. Also ich sag jetzt mal zwischen drei und vier Totenköpfen gebe ich den Film. Weil der ist nicht schlecht. Aber ich finde ihn auch nicht wirklich gut. Also irgendwo dazwischen, muss ich sagen, liegt die Wahrheit. Weil, ja, er ist mir teilweise einfach ein bisschen zu lang. Ja, aber so lassen wir es heute stehen. Das war die Filmbewertung zu dem Film Priscilla. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.